Hallo meine Lieben, heute möchte ich gerne mit euch diese Kurzbotschaft teilen. Worum geht es? Wow, Ahnenthemen. Du trägst Lasten deiner Familie bewusst oder unbewusst mit dir rum. Wir haben hier ein Ahnenthema. Familierbedingt durch den Vater, Großvater, UU-Großvater, aber auch durch die familiäre Situation, das heißt die weibliche Energie. Es gibt ja eine Verbundenheit der Ahnen mit dir, bewusst und unbewusst der Natur, ein Familienkarma, eine Familienheilung, eine Familiensituation, die aus Generationen schon zuvor entstanden sind, ja dürfen geklärt werden, angeschaut werden, Nachrichten deiner Ahnen, Blutsverwandtschaften, Themen der Ahnen, ja Spiritualität, Verbundenheit, wie auch immer, ein Ahnenthema, möchte Gehör finden. Du trägst Lastenverantwortung deiner Familie, ja das ist echt eine Zeit, wo ich sage, kehrt in euch und lasse sich alles aufzeigen und was mit den Ahnen zu tun hat und dir gut tut, nehme es an und wenn du merkst, es ist ungesund für dich, die Last ist zu groß, die Belastung ist zu groß, es reicht dir, streife es ab, ja schließe diesen Zyklus und beende einfach dieses Familienkarma, wenn es in deinem Fall sein sollte, okay. Möchtest du mehr wissen, schreib mich einfach an. Ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe und wir hören uns bis bald, bye.